Pfleiderer nutzt Resource, einen innovativen Reinigungsprozess für Recyclingholz-Hackschnitzel, um die Kreislauffähigkeit seiner Produkte von der Beschaffung bis zum fertigen Produkt zu optimieren. Durch die konsequente Nutzung von unbelastetem Altholz der höchsten Reinheitsklassen sowie einer einzigartig zuverlässigen Störstoffabscheidung stellen wir Spanplatten in höchster Qualität nachhaltiger als jemals zuvor her. Pfleiderer bezieht sein Recyclingholz von regionalen Lieferanten aus dem Umfeld seiner Produktionsstandorte. Es wird vorgereinigt angeliefert und zu Beginn des Reinigungsprozesses nach Größen fraktioniert. Die dabei gewonnenen Grobhackschnitzel werden in einem ausgeklügelten, kaskadierten Verfahren zu hochwertigem Spanmaterial aufbereitet. Im nächsten Schritt werden magnetische Metalle, sogenannte Fe- oder Eisenmetalle, ausgeschleust. Dazu wird das Material über einen Magnet geführt, der die Störstoffe anzieht und so aus dem Materialfluss entfernt. Im nächsten Schritt werden nicht-magnetische Metalle, sogenannte NE- oder Nicht-Eisenmetalle, ausgeschleust. Dazu wird das Material über einen Wirbelstromabscheide geführt, der ein elektromagnetisches Feld erzeugt, das die Störstoffe abstößt und damit aus dem Materialfluss entfernt. Schwerstoffe, die bislang nicht erkannt wurden, werden im nächsten Schritt ausgeschleust. Hierzu wird ein Röntgensortierer eingesetzt, der kontinuierlich den gesamten Materialfluss analysiert. Wenn das System einen Störstoff erkennt, wird er durch einen präzisen Luftstoß aus dem Materialfluss separiert. Im letzten Schritt werden Teilchen aus Kunststoff, MDF, sowie verbliebene Metallpartikel ausgeschleust. Hierzu analysiert ein optischer Sortierer mit intelligentem Erkennungsalgorithmus kontinuierlich den gesamten Materialfluss. Wenn das System einen Störstoff erkennt, wird er, ähnlich wie beim Röntgensortierer, durch einen Luftstoß aus dem Materialfluss separiert. Das auf diese Weise von Störstoffen befreite, unbelastete Altholz kann abschließend im Messerring-Zerspaner zu Spänen höchster Güte und damit in der weiteren Fertigung Spanplatten in höchster Qualität aufbereitet werden. Mit Resource bringt Pfleiderer maximale stoffliche Verwertbarkeit von Altholz und optimale Produktqualität perfekt in Einklang. Pure Recycling-Kompetenz für natürlich nachhaltige Holzwerkstofflösungen.